Das Spezielle an Viva ist, dass wir eine Kombination von persönlichen Beratern und einer therapieunterstützenden App anbieten, die ermöglichen, dass man neben den Terminen in der Praxis auch ortsunabhängig betreut werden kann. Die App ist sehr individuell, wie sie genutzt wird. Man kann sie zum Beispiel zum S-Protokoll schreiben, wir können Beratungsunterlagen schicken, man kann über die App kommunizieren und so eine engmaschere Betreuung bieten. Von der Grundversicherung bezahlt. Wenn man keine spezifische Ernährungsdiagnose hat, kann man auch als Selbstzahler die Termine wahrnehmen.